Karl-Heinz-Watztrad aus Deutschland unterwegs, hier hinten ist 5. D.A. platzierte Nachgedrückung. Karl-Heinz-Watztrad und Sven Kneifel, 4. D.A. auf der Anfahrt zum hinteren Stühlen, im Vorderflügelgarten. Und heute wird wieder vor, Germany, Sven Kneifel, dreimal D.A. bei uns jetzt auf dem Platz in der 7. Und Karl-Heinz-Watztrad in der 4. Und Karl-Heinz-Watztrad im Inneren ist 5. Die deutsche Mannschaft hier mit der Auszeitung der Weltmeisterschaft im September in Holland. 48,4 Sekunden die Zeit von Karl-Heinz-Watztrad. Neue Bestzeit im Inneren.